Moin, ich mache es kurz. Wenn dieses Video bis zum Jahresende 42.195 Aufrufe bekommt, dann melde ich mich für einen Marathon an. Richtig gehört, ein richtiger Marathon. Kurze Hintergrundgeschichte. Ich mache seit ungefähr einem Jahr Sport und bin letztes Jahr bei zwei 10 Kilometer Läufen mitgelaufen. Aktuell trainiere ich für einen Halbmarathon, der findet im Mai statt und mein Ziel ist es, den in zwei Stunden zu beenden. Dafür gibt es eine eigene Videoreihe, unbedingt mal ansehen. Der nächste Schritt ist jetzt die Anmeldung für einen Marathon. Allerdings brauche ich dafür ein bisschen Motivation und das heißt, ich melde mich erst an, wenn dieses Video 42.195 Aufrufe bekommt. Das entspricht einem Aufruf pro Meter, den ich laufen möchte. Oder muss, wie auch immer. Das heißt, teilt das Video mit euren Freunden, mit eurer Familie, mit euren Haustieren, mit wem auch immer und sagt ihnen, zusammen können wir Großartiges erreichen. Also dann vielen Dank, ich zähle auf euch. Wir sehen uns beim Marathon. Das ist jetzt auch Video mit! Jetzt헷! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020